Wie nennt man den Vorgang, bei dem Pflanzen Sonnenlicht in Energie umwandeln? Voltaik? Ja, nee. Solar? Nein, 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 nein. Foto... Fotosphäre? Foto... Eussphäre. Fotosynthese. Fotosynthese! Ich hab das schon gedrückt. Er hat nicht gedrückt. Du hast meine Antwort geklaut. 1915 wurde in Preußen die Sütterlinschrift eingeführt. Welcher Buchstabe ist das? V. M. A, B, C, D, E, G, H, I, J. W. C, D, E. So funktioniert das nicht. B. A.